Willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K14 A New Era Ja, wir machen jetzt weiter mit der Storyline um die neue Ära Und zwar starten wir jetzt im zweiten Monat Oder machen wir weiter mit dem zweiten Monat Denn den ersten Monat haben wir ja schon fertig Gibt's ja auch auf meinem Kanal zu sehen Denn immer sonntags gibt es eine neue Ausgabe So schreibt es der neue Wochenplan vor Wenn ihr nicht wisst, was für ein WWE 2K14 am 16 Uhr am jeweiligen Tag kommt Schaut einfach im Banner auf meinem Kanal vorbei Oder auf Facebook, auf meiner Seite Dort steht auch immer, wann welches Video kommt Und ja, mal sehen, ob ihr weiterhin Interesse zeigt An der New Era Storyline Wollen wir mal abspielen Und mal sehen, was uns so erwartet Hier im Sondag jetzt also eine Ausgabe Dass wir wenigstens ein bisschen vorankommen Ähm, aber mal sehen Mal sehen Kann ja sein, dass es trotzdem nochmal als Ähm, 18 Uhr Projekt gewählt wird Danke so much for downloading in New Era Month 2 Ich werd jetzt, ähm, für diese Episode erst mal Nur vorlesen und nicht übersetzen Ich warte noch auf eure Meinungsabgabe ab Von der Storyausgabe von Montag Dort hab ich euch ja gefragt, ob ich übersetzen oder nur vorlesen soll Weil das manchmal echt lange dauert Wenn übersetzen kennt ihr ja Wenn ihr nicht downloadet die vorherige Version Do das in den Reviews Many of you told me to reduce the difficulty Well, I did it But note, dass Main Events Or Matches gegen Top Superstars Will be tough I really want to thank you all For a lot of downloads On my Storylines If you keep playing them I'll keep making them With that said Enjoy my Story The last month ended With Goldberg returning at No Way Out Let's continue where we left off Ja, Goldberg ist zurückgekehrt Bei No Way Out Und anscheinend haben viele Leute eben gesagt Dass die Schwierigkeit zu groß war Auch zu hoch war War das? War das zu schwierig? Ich mein, ein paar Male hab, muss ich von vorne starten Aber ich fand's eigentlich okay Machen wir's sehen Machen wir's sehen Machen wir's sehen Was uns jetzt so erwartet Goldberg ist zurückgekehrt Mit Ryback haben wir einen World Wrestling Entertainment Champion Thank you for joining us We are so loud With a massive cry tonight As we are live in San Francisco We are still feeling the After Effects of No Way Out What an... What an outstanding night Indeed Ryback beat Wade Barrett To win the WWE Championship For the first time However We finally found out Who was behind those promos That we saw every week It was Goldberg Yes, you heard it right But Goldberg is back Here in the WWE And he set his sights on Rybacks WWE Title Where we have an article on WWE.com about How similar Ryback and Goldberg truly are The careers were bound to clash, Cole In tonight's main event We finally see Goldberg compete As he takes on Barrett This will be a great night Main event also Wade Barrett gegen Goldberg Cat Ähm, the good Goldberg zurück In Monday Night Raw Und anscheinend Mündet das Ganze jetzt in the Feder Von Goldberg und Ryback Weil die ja ziemlich Innocent Wait, what fresh hell is this? Haha, John Cena appearing as the Doctor of Thuganomics The United States Champion Wir erinnern uns Die Cage Match und so Gegen Big Show This will be interesting And funny Hey Ich bin ja wirklich mal gespannt Was jetzt John Cena als Doctor of Thuganomics In seinem alten Gimmie hier zu sagen hat Vielleicht wieder wie er rappen Wie er es schon einmal getan hat Als er In der Feder mit Rock war, ne? Und dass er auch einmal In seinem alten Gimmie zurückgekehrt Um ein bisschen was Zu rappen Um ein bisschen zu dissen und so Ich hörte hier die Schade, Jack Ich hörte hier die Schade, Jack Ich hörte hier die Schade Ich bekle die Big Show letzte Nacht Und bekle die Schade Big Show May May talk back to me But I got nothing to fear Because all Big Show jokes Are as bad as his career Oh snap I wear yellow, black and pink Orange, blue and ram I didn't see no Big Show last night All I said was knucklehead If Big Show had all this Cena's in trouble Nobody skiffs rats ass When Big Show walks down the ramp Cause he's having trouble Grown a pair of balls And I'm still the champ Work life Cena went to farm So Volle dis wieder Und super von mir vorgetragen Volle dis wieder an Big Show Und die Kommentatoren meinen Das geht zu weit Und Big Show wird sehr pissed sein Ladies and gentlemen I'm coming to you Live from a secure location Last night Last night Goldberg showed up And fought me after My match was over And I was tired Speaks volume about him Does it not? Bill Goldberg is a coward People call me a modern day Goldberg Well, I am nothing like Goldberg I am a self-made man I am a monster I am at the top of the food chain But more importantly I am the WWE Champion Goldberg had my title last night Cause he knows he'll never actually earn it I watched the main event closely Ryback rules Martine 보여 nicht Das stimmt Christians Aus Die Dass Vor Ja Aksana! 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 Oder so. So. Zack! Ähm, dann haben wir jetzt schönes Schirm. Black Widow und Shining Wizard. Okay. Und Shining Wizard. Submissions sind scheiße. Ach, schön. Submissions sind immer so anstrengend. Naja. Mach ich dir auch lieber, ähm, Submissions, oder, äh, nee, mach dir lieber Pins als Submissions, weil die so anstrengend sind. Dann gehen wir mal schreiben. Das würde mich interessieren. Also. Schreibt's in die Kommentare. Wenn ihr lieber Hashtags, äh, lieber... Wenn ihr lieber Pins schreibt. Äh, MEIN GOTT! Wenn ihr lieber Pins macht, dann schreibt Kommentar mit Hashtag PIN! Wenn ihr lieber Submissions macht, um Matches zu beenden, dann schreibt einen, äh, Kommentar mit dem... Äh, mit dem Inhalt Hashtag Submission. Okay. Muss ja irgendwie Interaktivität hier bei den Story-Episoden erhöhen. Weil da... Die kommen zwar auch sehr gut an, aber Interaktivität ist nicht so hoch, wie bei den Challenge of Scam. Ist ja klar, schon einige Male erwähnt. Äh, jetzt, come on! Aksana! So, Running Noob! Running Noob! So, springen wir mal vom Top-Room! Moonsault! Nein! Corkscrew Moonsault, ne? Reicht das zum Sieg? Nein! War das ein Corkscrew? Ach, wie doch los aus? War das ein Corkscrew Moonsault, wollte ich fragen. Okay, immer rauf hier. Jetzt... Hätten wir Zeit. Black Widow geht auf was? Geht auf alles, ne? Auf alle Körperteile irgendwie. Ne, aufm Arm. Hauptsächlich aufm Arm. Hauptsächlich aufm Arm. Hauptsächlich ist es ja... Aufstehen darfst du. Und dann machen wir einen Groggy Rappel. Dann haben wir hier schönes. So. Gibt's kein Groggy Rappel. Ist das nicht erlaubt hier? Doch. Danke! Snapmare mit anschließendem Dropper. Cool! Warum die so komisch rumhammeln muss, wenn ich... English Storm mache, weiß ich nicht. Wunderschöner Chiranyo. Und jetzt nochmal den Shining Wizard. Äh... Äh... Fick dich, Oksana! Scheiße, ich hab' gesagt, ich komm' nicht. Aber sie macht den Spinebuster. Uncool! Uncool! Lady! Was schaff' ich so? Jawoll! Oh! Muss ich das behindert machen? Moment! Ja, muss ich das hier... Weiß ich mal. Ein Hurricane Runner. Und zwar wirklich ein Hurricane Runner, weil Pin ist. 3. That's what I'm talking about! Sister! Wolltest du's sagen? Man passt nicht so ganz. Cool! Elderly! 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 5. 5. Hurtful comments tonight, thoughts. Listen, Pipsqueak. Pipsqueak? Oder Pipsqueak? Nein, das ist nicht. Tina got lucky last night. I was told... Get lucky. I was told that he was in the parking lot a few minutes ago. I'm going to find him and hurt him. I will end his career. Parking lot brawl? I'm gonna get lucky. Folgen, fällt mir die Lyrics von dem Daft Punk-Lied nicht ein. In the sun... Na 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 na... Na 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 na... Na 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 na... Gladly... Lucky, lucky... Ach, keine Ahnung. Warte. Ray Mysterio? Daft Punk. Get lucky. Was sind wir jetzt? Doch, sicklar. Gegner. We're all up. We're all up. We are up all night to the sun, we are up all night to get some, we are up all night to get fun, we are up all night to get lucky, get lucky, lucky, lucky. So. To the night. Okay. Und jetzt geht's los mit diesem Match, das machen wir noch eben in dieser Episode und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Mit Rainbow Starry sollen wir gewinnen, wie es aussieht. Kannst mich mal, Dorfie. Wieso nicht? Soll doch nur gewinnen, ne? Das war doch die Bedingung. Oh. Oh. Zack, dropper. Kriegt man die Gegner hier auch aus dem Ring eliminiert, indem man starke Schläge macht. Wie No Mercy. Weil No Mercy ist ja so, falls ihr die Episode noch nicht gesehen habt, wo wir rumbled sind. Da gibt es nicht so ein Rumble-Rauswerf-System, sondern man muss die Gegner mit einem starken Schlag rausschmeißen, beziehungsweise so ungefähr, so einen Strong-Rap, äh Quatsch, so einen Strong-Strike machen und dann befinden sich in den Seilen oder fliegen über die Seile und dann nochmal einen Strong-Strike, damit sie vom Apron fliegen. Das ist ziemlich krass. Und auch ziemlich schwierig, mehr als fünf Leute auszuhalten. Das sage ich euch, ohne Safe-States. Mut sollt! Gut. Und dann den Finisher. So. Geht's da auf? Sendinger Move? Verzagt. Der Schaden. Achso, warte, Moment. Ist ja am Boden, ne? Oder? Am Boden und wann noch? Und Running Move. Wir machen den Running Move lieber. Da kommt der Angelaufen! Da kommt der Angelaufen! Oh, komm her, hier. Oh! Zigglypuff! What about you? Jawohl! Das Spiel kann ich auch spielen. Ah! Goddammit! Victory Roe Ben in den Sieg! Malt ihm Namen aller Ehre? Natürlich nicht! Probieren wir nochmal. Den halt nicht. Ich bin der Finisher, ne? Ich glaube nicht. Zack! Aber hat nicht geklappt, man weiß es nicht. Das Gute ist aber, dass in den meisten Fällen er uns von vorne antreffen wird, so dass er uns was umdrehen muss für den Zig-Zag und ich eine gute Chance habe zum Kontern, da das Timing sehr berechnbar so ist. Ein Katapult-Sig-Zag, Zig-Zag, Zig-Zag, Zig-Zag von dir. Wäre cool. Ein Katapult-Sitz-Sag! Geht ihr schon den neuen Finisher-Move von Dorf Ziggler, den Sitz-Sag? Schön, wenn man sich selber zum Lachen bringen kann. Oh ne, Herr Donald, ist nie überholt! Ganz vergessen, ganz vergessen, aber ihr habt noch Rosiliens die Fähigkeit für die Notfälle, für einen, ja für den Notfall, ja. Neee, neee, Zig-Zag, Zig-Zag! Kann ich eigentlich nicht auf dem Finisher-Konter? Äh, Klau, Stang, Klau, 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 Klau! Haben wir Move Deep? Natürlich nicht! Ray, Mysteri, doch nicht! Denkt ihr denn? So, scheiß drauf! So, komm jetzt raus, jetzt! Mal raus jetzt! Hab ich einen Bronco-Buster? Den Bronco-Buster? Habe ich! Sehr schön! Jetzt möchte ich aber endlich mal die Kack! 619 zeigt, ein bisschen, dreh, 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 nochmal, steh auf, fuck you, Famouser, uncool, so, geht doch, ey, wie, ich muss das jetzt wieder auf die billige Art und Weise machen, so, unten, 619, nein, somebody call San Diego, oh, da kommt der angeflogen, one, two, and three, that's a win for Rey Mysterio, so, Leute, und wie das Ganze hier weitergehen wird, Parking-Lot-Brawl, das Go-Back-Match und so weiter, sehen wir dann nächsten Sonntag, bei einer weiteren Ausgabe von New Era und WW2K40, ich wünsche euch einen schönen Tag, Daumen hoch wäre cool, Meinung in die Kommentare schreiben, Hashtag Submission, Hashtag Pin, braucht diese Episode, ich hoffe doch, bis dahin, euer Franz, euer Versorg, bis zum nächsten Mal, haut rein, und tschüss.